Wir machen unsere Ausbildung oder unser duales Studium bei Bertelsmann. Wir sind unterwegs in den verschiedenen Bereichen des Konzerns und zeigen euch, was wir hier erleben. Wir sind die Bertelsmann Beginners. Wir nehmen euch mit zu Veranstaltungen, auf Klassenfahrten oder ins Homeoffice. Wir sprechen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ehemaligen Azubis und Studierenden und externen Gästen. Wir sammeln Tipps oder erzählen euch, was wir neben der Arbeit machen. Spannende Themen rund um die Ausbildung bei Bertelsmann findet ihr auf unserer Website, auf YouTube und auf Instagram. Und nun verpasst kein Video mehr und abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns.